So, einen wunderschönen guten Tag erstmal. Das Spiel gegen Wolfsburg endete, genauso wie die letzten beiden Spiele, auch 0 zu 0, ja. Wieder sind keine Tore gefallen, also zumindest, ja, wenn man es so will, also Tore sind schon gefallen. Zwei Stück sogar eigentlich, beide für Schalke, ja, und beide wurden zurückgenommen. Und, okay, das Zweite, dass das zurückgenommen wurde, kann ich verstehen. Das Erste ist eine kritische Situation gewesen, ja, und, ja, auf jeden Fall hat Schalke, ist auch egal, hat Schalke wieder stark gekämpft, ja, und haben wieder alles reingehauen in der Partie, ja, haben wieder alles gegeben. Deswegen auch von mir auf jeden Fall die Note 2, ja, und sogar hätten wir, Wolfsburg hat einen Elfmeter bekommen, und wir haben keinen Elfmeter bekommen, obwohl wir hätten aus meiner Sicht einen bekommen müssen, ja. Und, ja, und, äh, da frage ich mich, warum, äh, schaltet sich der Videoschiedsrichter da nicht ein? Und bei der einen Situation, ich, so leicht in Erinnerung, wo der Wolfsburger von hinten da reingesprungen ist, hat ihn auch unten leicht getroffen und war vielleicht auch noch so ein bisschen die Hand im Spiel. Ja, und, äh, bei Wolfsburg, die Szene, wo der Schalker den Wolfsburger unten trifft, haben sie sich das angeguckt, hat der Videoschiedsrichter eingegriffen und bei Schalke greift er nicht ein. Und ganz ehrlich, Leute, so wie Dieter Hamann auch von Sky schon gesagt hat, schon mehrmals gesagt hat, das kann so nicht weitergehen mit den Videoschiedsrichtern, der Videoschiedsrichter muss weg, der hat in der Bundesliga nichts mehr zu suchen, ja, der macht Spiele kaputt, immer wieder, und es, es funktioniert bei uns einfach nicht, ja. Und da muss der Videoschiedsrichter ganz klare Linie, der muss weg, ja, und, äh, ich rede jetzt ja auch nicht nur von unserem Spiel, nein, ich rede von den anderen Spielen, ich glaube, letzte Woche hatten wir eine Situation bei, bei Dortmund, genau, bei Dortmund war das, äh, wo Dortmund gegen Elfmeter bekommen hat, gegen sich gesprochen bekommen hat, äh, wegen Handspiels, äh, ganz ehrlich, das war nie und nie mal ein Handspiel, ja, das war, äh, ich meine, was soll er denn mal machen und, äh, ganz ehrlich, das ist, äh, nee, das, mit dem Videoschiedsrichter, der macht immer wieder Spiele kaputt, und, äh, aus meiner Sicht, äh, man wollte ja eigentlich mit dem Videoschiedsrichter, man wollte damit erreichen, dass die Diskussion, äh, um V-Spiele, äh, weniger werden, äh, aber das sind sie nicht, das sind sie in keinem Fall, im Gegenteil, die sind, die Diskussionen über richtige Entscheidungen, ja, äh, die sind sogar um einiges mehr geworden, ja, finde ich, ja, aus meiner Sicht, und, äh, jetzt freuen mich auch die Schiedsrichter, ja, die schreien immer wieder, wir wollen respektiert werden, wir wollen respektiert werden, ja, ihr müsst aber auch mal die Vereine respektieren, ja, die da verarscht werden von euch, manche Vereine, ja, und, äh, wo ganz klare Fehlentscheidungen getroffen werden, ja, ich meine, ihr wollt respektiert werden, dann müsst ihr auch Respekt gegenüber den Mannschaften zeigen, ja, weil, äh, es kann ja nicht sein, dass, was ich, äh, zum Beispiel, äh, respektiert werden will, und, äh, ich, äh, bringe einen eigenen Respekt gegenüber den anderen auch gar nicht, äh, rüber, ja, und, äh, das ist, ähm, es ist Wahnsinn, was ab und zu in der Bundesliga gepfiffen wird, und, äh, ob es jetzt vom Videoschiedsrichter oder vom Schiedsrichter auf den Platz, ja, also, es ist, ähm, es wird nicht besser, nein, es wird, ganz im Gegenteil, es wird nur schlimmer, und, äh, wie gesagt, Schalke kann man wieder mal keinen Vorwurf machen, 0-0, ja, wir, wir haben wieder kein Tor geschossen, ja, äh, 0-0, Ralle hat die Bude wieder hinten sauber gehalten, ja, das macht er richtig stark in den letzten drei Spielen, die ganze Mannschaft macht, ich muss sagen, die ganze Mannschaft macht es stark in den letzten drei Spielen, und, äh, ich hoffe, nächste Woche, jetzt spielen wir nächste Woche Sonntag gegen Union Berlin, Berlin, und ich hoffe, dass wir da genauso kämpfen, dass wir da genauso Kampfgeist zeigen, und, äh, alles reinwerfen in der Partie, wie jetzt die letzten drei Spiele auch, und, äh, dann sehe ich uns da auch nicht schon los, das wird natürlich sehr, sehr schwer gegen Union Berlin, das ist zudem, es ist noch in Union Berlin, ja, und, äh, das wird eine richtig schwere Aufgabe, weil die haben jetzt auch das letzte Spiel jetzt hier gegen Leipzig, da haben die das Spiel nach Rückstand gedreht, haben am Ende noch 2-1 gewonnen, also, was die da momentan auf dem Platz zeigen, das ist allererste Sahne, ja, das ist, äh, muss man ganz ehrlich sagen, und, äh, das wird richtig, richtig schwer, ja, gegen Union Berlin, aber nichtsdestotrotz, die Hoffnung stirbt zuletzt, Jungs, kämpft einfach, gibt alles, haut auch da alles rein, ja, Hauptsache Kampf und Leidenschaft, das ist das, was wir von unseren Jungs sehen wollen, ja, so, das war's von meiner Seite, macht's gut, mein nächstes Video wird's dann, ja, ich denke mal, ja, Sonntagabend noch geben, genau, auf den Sonntag auch wieder geben, macht's gut, ciao. Ja. Vielen Dank.